Es ist geschafft! Jawohl! Ich hätte nie gedacht, dass ich 29 Kilometer in High Heels packe, aber es ist gelungen. Dank meiner Badenbiker, die mit mir heute die dritte Etappe hier von Kuppenheim nach Aachen gefahren sind. Vielen Dank nochmal an alle, die auch ein bisschen geschoben haben unterwegs. Nein, ich bin es allein gefahren, ich gebe es zu. Es war eine wunderschöne Strecke, vorbei an herrlichen Landschaften, Erdbeerfeldern, Rhabarberfeldern, Kirschbäumen. Liebe Landwirte zwischen, naja, ungefähr Bühl und Aachen, wenn da ein paar Kirschen an den Bäumen fehlen, ich war es, bitte nicht sauer sein. Und ich bin sehr gespannt, wie du, lieber Thomas Meier, mein hochgeschätzter Moderationskollege, morgen die vierte Etappe bestreiten wirst. Du musst dir ja auch noch ein Handicap überlegen, was das sein wird. Ich hoffe keine High Heels, weil in deiner Größe gibt es die, glaube ich, nicht so wirklich. Überleg dir was und dann schauen wir mal, ob du die Strecke auch so gut packst.